Vergessen Sie Google. Jetzt gibt es Google, der Datensammeldienst Ihrer Bundesregierung. Dank unserem jahrelangen Einsatz für die innere Sicherheit können wir Ihnen einen ganz speziellen Dienst anbieten, Google Street View. Wir haben dafür gesorgt, dass in allen Städten Überwachungskameras hängen. Die machen nicht so uralte Standbilder wie bei Google Street View. Nein, unsere Kameras übermitteln uns spannende Live-Bilder rund um die Uhr. Und das unzensiert. Aber das Tollste ist, bei uns sehen Sie nicht nur die Fassaden. Mit Google Street View können Sie sogar in die Häuser hineinschauen. Aber das ist längst noch nicht alles. Bei Google gibt es jetzt auch den Dienst Google Konto View. Denn wir haben uns für das sogenannte SWIFT-Abkommen eingesetzt. Alle Ihre Kontoaktivitäten innerhalb Europas werden dank des Abkommens an die USA weitergeleitet und können so auch von anderen eingesehen werden. Doch Konto View ist noch viel mehr. Glücklicherweise sammeln unsere Behörden auch alle Kontoauszüge von Hartz-IV-Empfängern. Und dann gibt es dank unserem Einsatz ja auch noch die Schufa. Die wissen ganz genau über alle Kontostände Bescheid. Aber, aber, Sie haben noch nichts zu verbergen, oder? Dann wird Ihnen auch unser Dienst Google Body View gefallen. Dank unserem Einsatz wird er gerade am Hamburger Flughafen getestet. Mit unseren Nacktscannern wissen wir endlich, was sie so darunter tragen. Um das System weiter zu verbessern, können die Geräte die hübschen Bilderchen auch abspeichern. Und wenn wir jetzt noch die Daten von Google Street View, Konto View und Body View vereinen, schaffen wir die totale innere Sicherheit. Google. Was Google kann, können wir schon lange. Google. dels